Hallo, mein Name ist Andreas Beniers. Hier bei der Volksbank Krefeld bin ich Leiter der Personalabteilung. Zusammen mit meiner Kollegin Ingrid Dieker verantworte ich den Bereich Ausbildung. Wir, die Volksbank Krefeld, bieten eine Menge von Dienstleistungen an. Angefangen bei der Kontoführung und Finanzberatung bis hin zur Kreditvergabe und Finanzierung der eigenen Immobilie. In unserem Unternehmen setzen wir seit über 125 Jahren genossenschaftliche Werte in erfolgreiche Arbeit um. Für unsere Mitglieder und Kunden sind wir der kompetente Ansprechpartner in allen finanziellen Fragen. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, sowohl der Kunde als auch der Mitarbeiter. Wir möchten unsere Kunden so zufriedenstellen, dass auch wir als Mitarbeiter am Ende des Tages glücklich nach Hause gehen können. Wir betreuen unsere Kunden an 21 Standorten in Krefeld und Umgebung. Mit einem Team von etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon etwa 30 Auszubildenden, stellen wir uns einer Vielzahl von herausfordernden Aufgaben. Wir suchen jedes Jahr engagierte Auszubildende, die mit uns diese Herausforderungen annehmen möchten. Die Beziehung zu den Kunden würde ich als super beschreiben, weil man auch mal Fehler machen darf. Das ist gar kein Problem. Die Kunden haben sehr viel Verständnis dafür. Das Verhältnis zu den Vorgesetzten ist sehr locker und entspannt. Egal ob Geschäftsstellenleiter oder Serviceberater, man kann hier jeden nach Rat fragen oder um Hilfe bitten. Das Verhältnis zu den anderen 11 Azubis meines Lehrjahres ist richtig gut. Wir machen vieles auch in der Freizeit zusammen, verstehen uns einfach super. Also alles in meinem wurde man nicht ins kalte Becken gestoßen, sondern wurde ordentlich ins Berufsleben eingeführt. Die Bank bietet eine sehr vielfältige und abwechslungsreiche Ausbildung. Man wird als Auszubildender in verschiedenen Abteilungen eingesetzt und lernt unterschiedliche Geschäftsstellen kennen. Dadurch bekommt man einen Einblick in den gesamten Beruf und kann sich so hinterher optimal entscheiden, wo die eigenen Stärken liegen. Mir macht an der Arbeit vor allem Spaß der Kontakt mit den Kunden, dass man jeden Tag neue Herausforderungen hat und auch die internen Abteilungen mal kennenlernt, um Hintergrundabläufe besser zu verstehen und nachvollziehen zu können. Voraussetzung für die Ausbildung bei der Volksbank Krefeld ist das Abitur oder Fachabitur. Besonders viel Wert legen wir dabei auf Teamfähigkeit, Freundlichkeit und Spaß am Umgang mit Menschen. Die Arbeit hier macht mir besonders Spaß, weil sie vielseitig ist und man immer wieder neue Herausforderungen gestellt bekommt. Ein Arbeitstag ist für mich erfolgreich, wenn die Kunden mit dem Lächeln nach Hause gehen und ich dann auch. Wenn Sie also viel Lust auf Kundenkontakt haben und etwas bewegen möchten, dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020